Moin! Wir sind am zusammenpacken hier, umräumen. Haben wir viel Zeug wieder. Es ist unglaublich, was wir hier alles ansammeln. Aber jetzt so langsam geht es los und dann endlich fahren wir wieder. On the road again. Mein Gott, wir sind jetzt ungefähr einen Monat still gestanden und so ganz schleichend haben wir immer wieder Shoppingtrips gemacht. Eier, Vorräte, super. Und ich dachte schon, weil ich habe nämlich in der Zwischenzeit immer wieder Zeug ins Womo geräumt. Ich dachte, dieses Mal bin ich schlau. Wir sind jetzt schon wieder den zweiten Tag am Einräumen. Wir wollten gestern fahren, jetzt ist schon wieder Tag weiter. Ja, Wahnsinn. Man bunkert sich so zu, wenn man stationär ist, weil einfach, ja, es fällt einem gar nicht auf in so einem großen Haus. Und was aber ein bisschen blöd war, wir hatten das Wohnmobil, die Heizung auf Frostschutz. Das heißt, die Heizung war eigentlich immer aus und jetzt ist uns der Tee geschimmelt. Der ist halt in Kartonpackung und das ist alles geschimmelt. Das war natürlich hier 20 Grad drin und dann, es hat geregnet und dann hat es abgekühlt. Wir haben die Heizung nicht angehabt. Ja, dann kondensiert alles. Ja, also wirklich Tipp, das bringt die Schränke, alle Schränke, die direkt an der Wand im Womo sind, einfach aufmachen. Also das ist echt, das hatten wir letztes Mal und da hatten wir keine Probleme. Und jetzt alles, was so in Papier verpackt war, Tee, manche Gewürze, das ist alles leider ein bisschen schlecht geworden. Ja, aber jetzt ist wieder alles trocken und durchgelüftet und offen und jetzt wird es ja auch wieder geheizt und ist was anderes. Aber eben, macht die Schränke auf, wenn es länger stillsteht. Das bringt es. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Wir haben doch noch mal eine Nacht hier verbracht, weil bis alles eingeladen war, war es schon wieder vier Uhr am Abend und dann noch mal Abschied nehmen. Dann wäre es dunkel geworden und wir fahren ja nicht so gern im Dunkeln. Das heißt, es ist jetzt schon wieder halb zwölf und jetzt geht's los. Frankreich, jetzt hier das letzte Mal durch den Hotze Wald, durch den Schwarzwald für dieses Jahr wahrscheinlich. Und dann geht's in die Wärme. Und da drüben fahren die Autos. Wir fahren ja mautfrei durch Frankreich und die auf der Autobahn mit Maut lachen uns aus, dass wir hier auf diesen Waldwegen fahren. Naja, Waldweg nicht ganz, halt so neben Routen National. Hier geht's jetzt. Alle zehn Kilometern Kreisel und die fahren halt durch. Aber 150 Euro Maut sparen wir dadurch, dass wir nicht Maut fahren, sondern eben über die Landstraße. Es dauert viel länger. Wir haben keinen Zeitdruck. Bei uns ist Geld wichtiger als Zeit. Deshalb fahren wir Maut frei und sparen dadurch. So, erste Pause. Es ist natürlich Regenwetter. Wir sind eine Weile nicht gefahren, jetzt wieder fahren. Das ist ja alles so anstrengend. Wir sind jetzt anderthalb Stunden, glaube ich, gefahren. 140 Kilometer ungefähr. Und jetzt machen wir mal Mittagessen. Wir stehen irgendwo. Wir müssen jetzt mal gucken, ob es irgendwo einen Platz gibt. Und dann war hier ein Riesenparkplatz. Da stehen wir jetzt in ganz vielen verschiedenen Parkbuchten. Und wir stehen ein bisschen am Rand hier. Unauffällig. Und jetzt gibt's Essen. Ja, jetzt haben wir gerade gegessen. Alles gerade aufgeräumt. Muss uns noch dran gewöhnen, uns ein bisschen mehr mitzufilmen, wenn wir was essen. Aber wir haben noch eine Tüte mit Brötchen. Und da sind auch zwei Brezeln drin. Die gibt's ja sonst hier in Europa wenig. Genau. Und wir hatten noch alles möglich. Salat übrig. Ja, einfach ein bisschen Salat und Brötchen gegessen. Und dann geht's so langsam weiter. Aber irgendwie, ich hab heute so keine Lust zum Fahren. Ich probiere mal heute einen Cashew-Joghurt. Den hat mir Bens Mama mitgebracht. Und der sieht sehr lecker aus. Also mal gucken, wie er schmeckt. Und irgendwie haben wir nicht so viel Lust zum Fahren. Nee, es regnet, es ist saukalt und ungemütlich draußen. Also mal gucken, vielleicht noch eine Stunde oder so. Ja. Und dann packen wir's irgendwo. Hier, Besson-Saëns, sind wir in der Nähe. Dol, irgendwie dort irgendwo. Naja, wir sehen's ja gleich. Ja, das schmeckt super lecker. Ein bisschen die Konsistenz von Pudding mehr. Also so ein bisschen kompakter, aber cremig. Lecker. Ja. Und schmeckt ziemlich neutral. Ist auch angenehm. So, weil wir jetzt halt so lustlos sind, haben wir jetzt zusammen einen Platz rausgesucht auf Park4night in Au-de-Longe. Kurz vor Dohl. Ich blende's mal ein. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Und zwar, wir haben ein paar schöne Plätze gesehen hier an einem Kanal. Aber die sind alle in der Wiese und es regnet. Nicht, dass wir da heute Nacht oder jetzt schon stecken bleiben. Das heißt, wir haben jetzt einen geteerten Platz gesucht für die Nacht. Und mal schauen, wie das ist. Das ist jetzt noch 100 Kilometer ungefähr. Ich denke, bis wir dort ankommen, wird's dunkel und dann ist es auch gut. Und dann, wir sind ja heute erst los. Das heißt, wir haben ein bisschen Druck für den Film. Den habt ihr ja jetzt schon gesehen oder den seht ihr ja gerade. Den müssen wir ja noch heute hochladen. Also, wir können da gar nicht so viel jetzt fahren bis spät in die Nacht, weil wir müssen doch den Film noch hochladen für euch. Hoffentlich haben wir dort empfangen. Guck mal, wie das aussieht. Ja. Also, die Müdigkeit hat gewonnen. Wir sind jetzt noch was hin. Und wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gefahren oder so. Also, wir sind jetzt irgendwo kurz vor Besançon. Wir waren gerade eben gar nicht bei Besançon. Und hier bleiben wir jetzt. Jetzt haben wir noch eine anderthalb Stunden, können wir den Film fertig machen und hochladen. Weil das Netz ist hier jetzt auch nicht gerade das Beste. Und dann habt ihr endlich mal wieder einen Reisebericht von uns. Wenn auch einen kurzen. Das ist ein bisschen kürzerer, aber wir stehen hier irgendwo. Wir haben uns jetzt einfach mal hingestellt. Wir stehen hier zwischen Dörfern. Hier fahren ab und zu Autos. Aber hier stören wir auch niemanden. Genau. Und? Ja, ganz okay. Gut. Oh, ich geh jetzt rein, weil es ist so saukalt geworden. Aber ich lauf noch eine ganz kleine Runde. Wollt ihr mit? So besonders ist das gar nichts. Ein geteerter Weg hier. Mit einem grünen Strich drauf. Deshalb schon mal ein Pferde. Aber ja, ich denke es ist einfach ruhig hier. Ich glaube, ich geh jetzt auch wieder rein. So da ist das hier gar nicht. Ich dachte, vielleicht ist es ein schöner Naturweg oder so. Aber hier ist uns gar nichts. Also das war's. Würde ich mal sagen. Jetzt lade ich's hoch. Und das war's für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fahren morgen weiter. Und nehmen das schön auf. Und dann kommt ja in ein, zwei Tagen schon wieder ein neuer Vlog. Und mal schauen, wo wir dann sind. Wie weit wir's dann geschafft haben. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Cheers. ru